Zwei Brüder Auf einer der dänischen Inseln, wo sich alte Tingstätten in den Kornfeldern und große Bäume in den Buchenwäldern erheben, liegt eine kleine Stadt, deren niedrige Häuser mit roten Ziegeln gedeckt sind. In einem dieser Häuser wurde über glühenden Kohlen auf dem offenen Herd wunderliche Dinge gebraut, es wurde in Gläsern gekocht, es wurde gemischt und destilliert, es wurden Kräuter in Mörsern zerstoßen, ein älterer Mann stand dem Ganzen vor. Man muss gut auf das Rechte achten, sagte er. Ja, das Rechte, das Richtige, die Wahrheit in jedem geschaffenen Teil, muss man erkennen und sich daran halten. In der Stube bei der braven Hausfrau saßen zwei von den Söhnen, noch klein, aber mit großen Gedanken. Von Recht und Gerechtigkeit hatte auch die Mutter stets... von Recht und Gerechtigkeit. Von Recht und Gerechtigkeit. Von Recht und Gerechtigkeit. Vielen Dank.